eine andere idee definitiv eine andere idee und dann möchte ich versuchen ob ich von der stange aus aus dem fenster springen kann ich meine selbst wenn ich den wasserfall ausschalten weiß ich im moment noch nicht ob sie schwimmen kann das ist interessant rauszuwenden ich komme gleich wieder versteckt genau versteckt ich da unten vor den schatten ist eine gute idee ist eine sehr gute idee dass ich mir die finger nicht absehe ist auch alles oder ich meine so wie er das schwert schiebt so alle finger weg so jetzt hier hin das kommt immer in so ein blödsinn wie oh guck mal du hättest diesen schalter zweimal benutzen müssen ich glaube wenn sowas kommt drastisch aus so hier ist das fenster kann ich nicht zum fenster springen oder so ich kann mich fallen lassen damit ich sterbe wie komme ich hier weiter man das ist nervig ich habe da das fenster und ich habe auf der anderen seite das fenster kann ich vielleicht draußen irgendwo hochklettern was und wieso drücke ich auf nein bin ich bescheuert ich bin so verwirrt so unfassbar verwirrt du 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 ich merke dass mir ein programm fehlt t-board ja ich müsste t-board weil t-board ist verhängigermaßen könntest du jetzt bitte laden damit dankeschön genau das wollte ich ok jetzt stehe ich wieder hier das heißt ich darf die ganze kacke jetzt noch mal machen dass ich sie im hier rüberkriege das ist ätzend fakt ist ich über sie irgendwas vielleicht ist hier irgendwas dann drehe ich durch noch nicht aber später vielleicht cool der anderen seite ist tot ja du kommst hier damit runter ich gehe eben hoch und hole den aufzug du bleibst bitte hier sie gerade in der letzten fucking sekunde auf den aufzug aufgestiegen warum das ist nicht cool überhaupt nicht cool jetzt komm bleib mal bitte hier stehen welches fucking plug-in ist das gerade bist du das ich glaube du bist das äh einstellungen aha was macht benachrichtigen ansehen wenn angeschlossenes stream slide gehen dankeschön machen wir das aus ich sehe es nämlich doppelt und dreifach ich sehe es einmal im browser und jetzt sonst immer doppelt alles blödsinn okay hier und dann da dann wieder hier hoch dann hinten die kiste runterschmeißen alles klar also das ist sowas wo ich nicht glaube dass ich gerade irgendwie was zur wo sind wir hier bei assassin's creed also der speicherpunkt ist definitiv für was anderes gedacht nicht für das was ich hier gerade mache dieser wasserfall dieser wasserfall weh du kommst jetzt wieder mit hier drauf ich schwöre ich reiße dir den kopf ab hier dann raus und dann nach da die leiter hoch links hoch springen vielleicht springt er diesmal an die kette wer weiß schwingen schwingen hier runter ich hätte echt testen sollen ob ich schwimmen kann aber ich konnte es auch nicht testen als ich ins wasser gegangen bin hat sie auf jeden fall meine hand raus gelassen das ist halt nicht unbedingt gutes ich würde sagen das war ein teil zu viel damit hinten wird das ganze schon mal wieder ist hier hinten ein eingang oder so nein das ist solide wand hier auch nicht seitdem in der ost arena diese eine blöde tür war die man absolut nicht gesehen hat prüfe ich jetzt lieber zehnmal alles nach benutzt doch die leiter hallo leiter benutzen dankeschön hoch ok sie kommt nach hier ist nichts ne da ist nur das da oben ist der kletterpart und ich frage mich halt gerade ob es irgendeinen anderen weg in das eine fenster gibt wo ist sie ok braucht es immer ewig man na spam den a1 knopf ich glaube das ist so ein punkt der mich in speedrun 2 dieses gespielt total aufregend oder so auf sie warten das problem ist man kann sie doch nur wo stehen lassen weil diese blöden türen ja immer irgendwie gebraucht werden so hier möchte ich mich gerade jetzt mal genau umgucken weil da ist das eine fenster da ist das andere fenster gibt es für mich einen weg dahin zu kommen vielleicht nein gibt es nicht ich muss da zur leiter muss da zur leitung da hoch glaube ich zumindest ich weiß es nicht ok gehen wir nochmal rein hier ist nichts hier ist nichts ist auch nichts hier ist halt diese Tür hier ist halt das Teil ok ich würde sagen ich gehe hoch aktiviere das Teil und gehe ich draußen nochmal gucken ob sich da irgendwas verändert hat weil ich meine ich sehe die beiden fenster oben aber ich sehe gerade keinen weg aus dem einen fenster raus zu gehen um in das andere zu kommen ich meine irgendwas muss das ja ändern die pumpe also dass ich ist das eine pumpe ich glaube das ist eine pumpe ich meine klar ich kann mich drauf stellen und dann kann ich mich hoch boosten lassen aber das boostet mich definitiv nicht hoch genug ich bin gerade die ganze zeit am gucken ob ich irgendwas über sehe in den räumen aber sehe gerade nichts vielleicht ist es echt dieses auto muss den shutter zweimal betätigen so jetzt macht die pot ändert sich nichts da hinten ist halt noch ein schalter hier wäre das fenster aber da komme ich halt nicht rüber ich kann nicht von diesem Teil da rüber schwingen ich habe das Bild und das geht nicht ok mal gucken ob sich draußen etwas geändert hat komm her können wir draußen gucken das wasser fließt immer noch und da ist das eine fenster und vom einen zum anderen fenster halte ich für ein gerücht ok komm mit ich frage mich halt ob sich irgendwo jetzt irgendwas geändert hat hier unten hat sich nichts geändert da drüben der Hebel war um das Ding aufzumachen da sind wir hergekommen hm hm bist du hier? ja sie kommt ok komm bitte runter ok sie kommt ich kann auch einfach jetzt hier so runter springen ich kann auf jeden fall speichern gehen das ist wahrscheinlich nicht verkehrt ist hier vielleicht irgendwo noch was? ah hier ist die Kiste aber die kriege ich hier halt auch nie wieder raus ich kann ja Kiste nicht hochheben ich kann die nur schieben das ist sicherlich wo ist du? ok nice ich dachte sie kann da jetzt nicht runter springen oder so das ist jetzt keine Ahnung ich wäre ausgerustet komm ich helfe sie hoch hier ist immer noch der Wasserfall ich speichern definitiv zuerst mal und was? na komm das ist halt so krass dass sie sich mit hinsetzen muss damit man speichern muss das ist so richtig sick das ist noch nicht ich weiß nicht sonst Sie können die bis zum Glück bis zum Glück bis zum Glück Untertitelung des ZDF, 2020